Glück ist Freitag auch mit Roger Federer. Super Zeit im Moment. Swiss Indoorst, Basel vor der eigenen Haustür, ein wenig fortgehen, Herbstmessen und am Abend noch ein wenig Tennis spielen. Ja gut, ich meine, bei mir ist das nicht so einfach. In Basel ist immer extrem viele Fans auf der Karte gekommen, dann die Lokalpolitiker oder andere Hobbyspatler. Aber das Schlimmste ist am Schluss, der einer auf den Platz kommt, wo Heinz Günthard heisst und ein fünfstündiges Interview macht.